Ja, hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Let's Play um sie 2 und wir befinden uns wieder mal auf der Karte Liestal V2 und fahren heute die Linie 5 vom Müllendorf Einkaufszentrum nach Schlägegrund, das kennen wir ja. Ähm, und ja, das ganze tun wir heute mit einem Scania Citywide Gn14 mit Soundmod von Bene, den es aber leider nicht mehr zum Download gibt. So, unser ID ist 9691. 1. 1, 2, 8, 9, 10. So, die Route weiß ich natürlich nicht. Mh, ja. Gut. Da wird es ein paar geben, das ist das Problem. kommen muss immer mit 10 aufnehmen und wir machen das anders ich wenn ich mal ganz kurz in die lokalen die die mitgeben der bus wie mit dem und um es ist aber typisch um sie ich hoffe da gibt es die Linienliste boah das wäre doof da die Stahl vor zwei und es ist mit sieben Das ist doch ein halberer Mal. Das ist doch. Das ist doch schon so. Das ist doch schon so. Das ist doch schon so. Oh, nein, ich kann das mal ausprobieren. Okay, jetzt 7.6. Hm, einfach das. Ich weiß nicht, ob das auch so ist, wenn es 7.6 ist. die Ticketverkauf Schildern war über die Doofen da so so ich könnte um sie mal ein bisschen auf ich hoffe dass keine Schilder ist wenn nicht dann halt nicht doch er schildert so wie ziehen vor aber das ist für mich auf dem Ohr ein bisschen zu laut so ist auch schon angenehm Terminus plus Pause da müssen wir nicht halten wir müssen nämlich hier halten so da ist ja ganz schön kalt hier drin wir schalten auch mal die Alter an oh das nicht das ist laut das können wir machen glaube ich keine Ahnung ich hoffe wir haben abfahrt in 13 minuten 3 hallo ich weiß nicht ob die zum Gelenkbus Linie ist oder so ich habe jetzt einfach mal die Gelenkbus genommen weil ich jetzt auch mal Lust auf die Scania hatte mit dem Soundmod das ist ja wirklich nicht schlecht mit dem Soundmodus das ist ja wirklich nicht ich bin das ist ja wirklich nicht 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 So, hoppala, so, haben wir noch mal ganz kurz ins Bild gemacht. So, ich muss hier halten. Ja, mit'n 20er! So, zwei, acht, zwanzig. Ja, halt deine Fresse und stecke einfach rein. So. Falls Fragen aufkommen sollten, nein, ich will nicht alle Linien abfahren auf Leastall, aber ich will euch einfach nur ein bisschen was von Leastall zeigen, weil ich die Karte wirklich sehr schön finde. So, vielleicht ein, runter. Och, nee, Manfred, wenn man verrat. Einmal normal, bitte. Na ja, ob Manfred normales weiß man nicht, ne? Das ist immer noch unklar. Es ist unwahrscheinlich, dass er normal ist. So. 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 Ja, der fährt ja toll. Reit doch dein Maul. Guten Tag. Guten Tag. Die Putzilei. So, und wir gehen jetzt einfach mal Gasway B70 fahren dürfen. Und dann tun wir das Ganze natürlich. Hoppala. Natürlich auch, ne? Ich muss sagen, bei diesem Soundmod ist der Scania eigentlich relativ geil. Äh, nur ein bisschen physikmäßig ist ja noch ein bisschen, wie man gerade gemerkt hat. Also, er kommt schnell ins Rutschen. Ähm. Das ist eigentlich für so'n Bus nicht normal. Weil. Klar, ich meine, ich gebe zu, ich war ein bisschen sehr schnell in der Kurve, aber. Ähm. Kein Bus, äh. Hoppala. Kein Bus, äh. Driftet so weg wie, äh, der Scania hier. So. Jetzt könntest du mal fahren, das wäre nämlich troll. So, keiner raus. Ach so, doch. Oh. Oh. Die habe ich ein bisschen spät gesehen. Den heute Wunsch. So, ich gebe mir ein bisschen Gas. Vielen Dank. 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 Okay. Ja... Okay. 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 Aber... Okay. Ich glaube... Ich... 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 so ich habe das nur in zwölf überlesen so fünf bis schule und alle anderen richtung wir müssen keine ahnung müssen durch den wir haben sie jetzt nicht abkappen würde das wäre nämlich toll um sie warum sie nicht mehr Brandschirm fehlen nach heute so rum um das Eck hier nein 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 hallo hallo ja ich würde vorschlagen wir fahren bis zum bahnhof jetzt weil um ich dachte die linie wäre aber naja gut wir werden also ich werde mir die linie auf jeden Fall merken wir werden auf jeden Fall wir sind etwas kürzere Läufer ich werde euch versprechen wir werden auf jeden Fall noch den langen Läufer der Regelgrund oder wie auch immer der Schlägelgrund war das weil äh ja zeitlich mäßig hat das jetzt nicht mehr so hingehauen aber ist ja auch egal ich werde mir diese Linie auf jeden Fall vormerken äh und sie wird auf jeden Fall eventuell im Laufe der nächste Woche dann kommen äh äh o muыв o co o o o so So Ja So, du fährst da rum Das passt Guten Tag Guten Tag Goldstrecke für Schüler bitte Danke Eine Frage habe ich bitte Danke schön So Obbala, wir müssen geradeaus Okay Gut zu wissen, dass wir geradeaus müssen Tschüss Ja, mir ist das Ganze gerade ein bisschen scheißegal, man merkt das. Boah, fällt mir scheiße. Mann, ich hab dich gerade... Leck mich doch, Alter. Mann. Mann. Ja, komm, Mann. Hau mir doch gleich alle Fehlermeldungen hier rein, ey, Mann. Ach, Mann, das kann doch nicht sein, ey. So. Wir lassen jetzt einfach mal hier raus und halten hier an. Und, ja. Ich würde sagen, wir sind hiervor erst am Ende der Fahrt angekommen. Und, ja. Wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.